yo leute jetzt geht's ab wir sehen uns gleich draußen haut rein bis gleich wie schon gesagt wir sehen uns später draußen wir sind jetzt auf dem weg gerade zum trödelmarkt und ja wir laufen jetzt gerade unten am main lang wir sehen uns dann am trödelmarkt schon auf dem weg sehen wir uns auch noch öfters ein bisschen und ja für adapter hd ist mit dabei habe ich am anfang nicht gesagt dass mega 36 auch mit dran übrigens der weise palmgarten video unten in der beschreibung und für das video auch unten in der beschreibung verlinkt aber nicht in diesem video mit dem fall im garten sondern doch im garten in dem video in diesem video wird es verlinkt für das gerade am aufnehmen er fühlt sich gerade als landschaft dann guckt euch das an guckt euch das an los mark spring rein übrigens der weise mal sehen ob wir welche gesehen dead mesha oder wie auch immer der heißt oder so keine ahnung unter mein letztes video auch erwähnt ist auch noch mal unten in der beschreibung verlinkt der hat in den kommentare geschrieben kommst du auch auf dem allstadtfest habe ich gesagt ja digga wann weiß ich noch nicht aber mal sehen ob wir dich finden die die ob wir dich sehen ich weiß zwar nicht wie du aussiehst aber ich denke du weißt ja wie wir aussehen ich weiß ja alles klar wir sehen uns dann hau rein guck mal guck mal zu I wanna dance all night long, no stopping You, 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 yeah, you Pretend they're not here, just do what you do I'ma kick back cause I got a nice view Wow, this feels like a deja vu Yo, 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 yo You're familiar, where do I know you from? Have you been to visit me? Answer, girl, santos.com Step into my world, I am sure you want to go Chip, I pay the broker, I got pictures I'ma give you some Uh-huh, come and get you some Ela é bela, já era, eu quero dar pra ela Ela é bela, já era, eu quero dar pra ela Ela é bela, já era, eu quero dar pra ela Ja, 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 ja. Meine sweet touch comes handy, man, don't be afraid of the candy, man. I got a sweet tooth, now I want a sweet girl and we straight talked, if we do, kiss, we do, tell you, 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 yeah, you. Pretend they're not here, just do what you do. I'm going to kick back, cause I got a nice view. Wow, this feels like a deja vu. Yo, 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 look familiar, where do I know you from? Have you been? Hier kommen grad so viele Paradfahrer, Leute. Ich glaube, heute ist Oma-Fahrradfahren. Und Opa-Fahrradfahren. Heute ist Altersfahrradfahren. Oder Operin. Oder Altersheim-Fahrradtour oder so. Vorsicht, da hinten kommt wieder weg. Ernsthaft, wie viele Fahrradfahrer gibt es denn heute noch? Ist heute Fahrradtour best bekannt oder was? Fahrradkampf. Wollten Sie klingeln? Voll nice, ne? Müll! Müll gibt's hier! Nee! Nie wieder! Wir sind raus! Wir sind hier gerade auf dem Trödelmarkt und schließt einfach nichts. Überhaupt nichts. Copyright Music. Jetzt geht's ab, Leute. Wie ihr gerade gesehen habt, ich wollte gerade sagen Weihnachtsmarkt. Trödelmarkt. Totaler Müll. Scheiße, Schrott. Hier gibt's noch mal Trödelmarkt. Guck dir das an, Alter! Jetzt geht's ab. Erstmal Geld holen. Dann geht's ab zum Bahnhof. Dann geht's ab. Ich bin echt, du weißt. Dann fahren wir mit dem Zug nach. Dann fahren wir mit dem Zug nach. Kelsterbach. Kelsterbach. Das halte ich auch. Das halte dein Maul. Und dann geht's schon zum 37-jährigen Altstadtfest. Oder 38 Jahren. Ich sag... Nee, 37 gibt's das schon. 37 Jahre. Und zerbricht. Das ist super geil. Das ist super geil. Hahaha. Das ist super geil. 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 Nee Digi, voll verkackt. Keine Blätter. Leute, wir sind jetzt aus dem Zug raus. Sind auf dem Weg jetzt zum Altstadtfest. Ich hab meine Hülle zerbrochen. Ja, du bist so ein Lappen. Danke. Immer diese Fahrradfahrer heute schon. Ja. Ich glaub, die fahren auch schon nach Raunheim. Wollten sie klingeln? Nein. Wir sehen uns dann beim Altstadtfest. Und auf geht's. Ciao. Alles klar. Stimm doch. Du hast einen Beauty-Kaderal. Wahrscheinlich. Auf Leon. Gib den Barkpfeife. Nein. Hör doch auf, Alter. Hör auf, den zu provozieren. Der Arme. Hör auf. Nicht provozieren. Der Spring ist ins Wasser. Der muss immer gucken, wie kalt es ist. So arg. Egal ob er L� Rise oder F Daha ist so Korrrait. Egal ob Pi learn,abel er im Supемонator. Soundzeug confusion. Frau Whimper Music. NIG在乘 Inf�men指認ooo Ich bin der Sniper und ich sorg für riesen Deck. Auch wenn ich schieße, fliegt die Kugel tausend Meter in dein Herbergrund. Ich bin jetzt mal der Typ mit den allerbesten Sporn Pack mein Beacon in die Front und lass die Soldaten dank Gott Ich bin leise und auch schnell, pass mich der Umgebung an Und wenn ich einen im Visier habe, dann rennt er um sein Leben Mann, Funkflamm aufgestellt und das Fahrzeug ist markiert Lass die Javelin mal kommen und der Typ ist penetriert Ich bin der Medic, einer der wichtigsten Leute hier Ich sorge für Sturmangriff und Ziele, für mein Jetmark hier Wenn jemand Hilfe braucht, bin ich sofort da Hab mein Defibrillator in der Hand und mach es klar Ich bin der Erste an der Front, egal ob jetzt mit Messer oder Waffe Ich bin der, der die Flagge bekommt, du kickst hier meine Leute Du musst nicht entschuldigen, ich geh jetzt in Rennen Welche Suche dann den Schuldigen? Es gibt vier Klassen und die haben Aufgaben Und diese Aufgaben muss man wirklich drauf haben Es gibt vier Klassen und die haben Aufgaben Und diese Aufgaben muss man wirklich drauf haben Egal ob Medic oder vielleicht Supporter Sniper, Pionier, jeder ist sofort da Egal ob Medic oder vielleicht Supporter Sniper, Pionier, jeder ist sofort da Ich bin der Supporter oder auch das Ungeheuer 200 Schuss, M.G. auf deine Leute, das wird teuer Ich geb Feuerschutz und halte alle Feinde nieder Ich platziere 10W an deinem Panzer und das immer wieder Ich geb Luni für die Leute, die was brauchen Und ein Claim-O's an der Tür für die Feinde, die durchlaufen, hey Ich bin der Typ mit M.G. und rühr mein Zweibein raus Schieße auf den G und für dich dich leider scheiße aus Ich bin der Pionier, Jet-Heli kampfbereit Ich bin der mit meiner Stinger, der den Jet im Kopf zerreißt Ich schlaf der Zug bei und helfe meine Leute, man Hat dein Motor mal ein Schaden, schweiß ich dich In der Tat Ich bin der Typ mit M.G. auf